Schönen guten Tag. Heute ist der 2.7. und wir sind in Kassel. Eigentlich kann ich gar nicht sagen, wir sind in Kassel. Nein, vier sind in Kassel. Ach genau, ich müsste sagen, vier sind in Kassel. Weil, im Moment sogar nur drei, Guido ist irgendwo unterwegs, aber das Schlimme ist, der Alexander, der kommt heute nicht. Der hat das, was so viele haben. So, jetzt wollen wir doch mal zusammen gucken. Mir geht's immer noch ganz normal, die Stimme ist aber schon auf Purgen-Bass-Niveau angekommen. Ja, nee, alles hat's erwischt leider und deswegen kann er natürlich nicht kommen. Obwohl er sich eigentlich bis jetzt noch gut fühlt und hoffentlich bleibt das auch so. Und wir müssen das Ding jetzt hier zu viel machen. Aber seien wir mal ganz, ganz, ganz ehrlich, das ist natürlich nochmal der Fokus endlich auf dem Künstler. Jetzt wird das jetzt nach und nach, wenn ich so als Mini-Spreader, werde ich immer weiter in verschiedene Richtungen husten und irgendwann ist mein Solo-Programm am Start. Und dann haben wir nämlich endlich wirklich die Quintessenz aus dem, was diese Rauchfaser-Rapid-Alabend ist. Ich dann aber möchte, dass du nur als so, wie beim letzten Blog, da bist du ja so als Dinosaurier rumgerannt, dass du nur so auf der, wir können das hier nochmal kurz zeigen, wie das dann aussah. Dass du nur noch so über die Bühne rennst. Fände ich ganz gut. Da ist aber noch, Alex hat's gestern selbst schon gesagt, die perfekte Ironie, dass da, wo die Ärzte sind, er Corona hat und zu Hause bleiben muss. Ich fand, also, ja, ja, da, wo doch die Ärzte sind. Ja. Wie macht man das eigentlich? Kann man hier mal einen Arzt rum? Bela! Ja. Ja, ja, ja. Oh, äh? Ja? Wer ist es? Äh? Äh? Schönen Gruß, wie geht's gut? Und ich glaube, ich bleibe hier. Jetzt muss ich hier mit dem Bass und ein paar Gitarrensachen spielen. Heartbreaking News. Wir haben heute Morgen die Torey-Nachricht bekommen, dass der Gitarrentitarr Alex Kino sich leider angesteckt hat. Wir haben uns aber dennoch dazu entschieden, zu viel zu spielen. Alles für den Dackel, alles für die Kunst. Umso mehr brauchen wir für diese Ausnahmesituation euren vollen schützenden Körbeinsatz Kassel. Alex, get well seen, Kassel, Attacke. Super. Ja. Also, warte mal, kurz überlegen. Da spielt Kido. Ah, ja, ok. Geben wir uns jetzt ein bisschen Müller. Ja, kommen wir auch gleich. Ey, bleib noch ein bisschen und noch eine Stunde. Ey, scheiß auf die Welt vor unserer Tür. Wenn wir gehen, dann gemeinsam. Und wer es sein muss vor die Hunde. So, das war es gewesen. Vielen Dank an die Ärzte, dass sie uns eingeladen haben und es hat Spaß gemacht. Aber, man muss schon sagen, zuviel wollen wir doch besser nicht nochmal machen. Alex wird schnell wieder gesund. Jo, Mann ey. Und dann wieder mit allen. Irgendwie ist es ohne Scheiß immer... Das ist so, wie wenn man in einer Gruppe ist und es fehlt immer einer. Man wartet so, bis der noch kommt und man kann losgehen. Ja, genau so. So ist auf der Bühne die ganze Zeit das Gefühl. Ähm, äh, ja. Wir sind noch nicht so weit, wir sind noch nicht so weit. Genau, können wir rein anfangen. Stimmt das noch nicht. So, Schluss jetzt. Schluss.